So Leute, ich sehe ein bisschen fertig aus, ich hoffe das ist okay, wir haben Prelease-Wochenende hinter uns und das war anstrengend, das war richtig anstrengend, oh mein Gott, und ja, jetzt Habe ich einen Bundle? Ich kann es auch hier hinhalten, ich kann es auch hier hinhalten, ein Bundle, mir wurde das zur Verfügung gestellt vom lieben Fabian, der hat gesagt, Blackie, hol mal einen Bundle, mach das mal auf, schick mir das mal zu, hol mal eine Maus aus dem Bildschirm raus Und das machen wir jetzt mit einem Brothers-War-Bundle, including a Transformer Card, hier sehen wir schon, was da drin ist, ich bin gespannt, Universe Beyond Transformer Card Also, Prelease war der Hammer, so viele Leute habe ich lang nicht mehr gesehen, dementsprechend wie gesagt, wie bitte vergebt mir, dass ich echt fertig aussehe und ich versuche das Video nur schnell aufzunehmen, wenn Uwe Fabian auch sein Paket bekommt Gut, weg mit dem Müll, machen wir hier halt mal mit Badet Mischras Burnished Banner und Ursas Iron Legion, äh, Alliance, nicht Alliance, Alliance Ja, der Brothers-War, oh mein Gott Die Box ist gar nicht mal so hübsch, muss ich leider ehrlich sagen Dann haben wir hier, ne, ne, schmeiß weg Äh, Pappe, 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 ich weiß nicht, ob Fabian die haben möchte, ich schick sie mit Ähm, dann, ein Würfel, oh mein, wow Wow, der ist hübsch Ich weiß nicht, ob ich das reinkriege, aber Der ist so halb durchsichtig Und da sind so, so Einschlüsse Wow, der ist richtig nice, oh mein Gott Ähm, dann haben wir hier, äh, Basic Lands Und die Promokarte, die falschrum da drin ist Jetzt kann ich euch die Promokarte nicht zeigen Ich will jetzt die Basic Lands nicht aufmachen Weil das sind Foils, äh, ja Glaubt mir, da ist ne Promokarte drin Dann haben wir hier How To Und dann hier Mein Gott, wir müssen sie aufmachen, weil da die Transformerkarte auch drin ist Danke Wizards, danke Ist ja nicht so, als ob ihr eine Karte vorne, eine hinten drauf hätte tun können Und, äh, mir diese Peinlichkeit mit diesem, äh, Rapper, die ich nie aufbekomme Hättet ihr sparen Oh Gott, ich hab's aufgekriegt So, was haben wir denn hier? Standardländer Normale Standardländer Was ich Recht schade finde, ey, wie ich echt bin Plains, 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 Plains Dann haben wir hier ein paar Foiländer Ja, die sind ganz hübsch, aber sind halt nicht fullart Und Hä? Hey, wo ist Wo ich geh, mein Da ist meine Transformerkarte, oh mein Gott Blitzwing Cruel Tormentor More than meets the eye Für vier Mana Zumindest Endsteps Wenn ein Target-Gegner-Opponent Leben verloren hat Player lost his turn If no life was Hä? Achso, ein Spieler verliert doppelt Also wir leben wie Appellament Wenn er kein Leben verliert, dann transformiert er sich Und dann ist ein 3-5-Vehikel Living Metal Und Combat Flying Indestructible Random Ja Cool Und wir haben ein Queen Kalaya Beanen Krog Rot-Weiß Die besten Farben Außer Schwarz-Weiß und Blau-Weiß Und ja 300, 2, 3, 4, 400 Tappen Discarden wir unsere Hand Ziehen so viele Karten Und können Alle Fakten Kreaturen Eines oder weniger Wenn wir dieses Karten haben Auf die Hand nehmen Ne, wir juicen die Genau wie für 2 und für 3 Und dann returnen wir Dies ins Spielfeld Oh mein Gott Okay Die klingt cool Das sind auf jeden Fall Hier Die Karten dafür Dann können wir so ein Bundle beiseite Und dann gucken wir uns die Booster an Wie immer Wenn ich so viele Booster aufmache Gucke ich Mehr nach den Rares Bis nach dem Mythics Und hier nach dem Artefakt-Slot Und ja Dementsprechend gehen wir da Ein bisschen zügiger durch Ich hoffe, das ist okay Dann haben wir Swamp Es gibt auch eine Uncum Die relativ teuer ist Habe ich gesehen Habe ich die ganze Zeit daneben Uh, uh, uh Die ganze Zeit daneben Precision Golem Okay 5 Mana 3, 3 Er kreiert 2, 3, 3 Golems Wenn man Instant Sausage aufcastet Dann macht man das Und, uh Agov Sanctum of Nature Das ist das Land Was auch Bären macht Was mit der Mit der, äh, äh Titania Titania, glaub ich Fused Melted Nicht fused Melted Ah, sehr cool Sehr, sehr cool Poster Nummer 1 Das ist mal ein gutes Poster Ich mag das Land Ich find das auch ziemlich cool Auch grad für Commander Oder Freeplay oder ähnliches Es ist sehr, sehr gut Dann haben wir hier Einen unterschriebenen Beziehungsweise ist keine Unterschrift drauf Ist dieses Planeswalker-Symbol drauf Beschriebene Karte Die sind auch wieder häufiger Tatsächlich Thrawn Explosation Bonesaw Das ist 1-0 Und Drafna Founder Auf Latnam 2 Mana 2 1 Für 2 Mana bringen wir Einen Artefakt Auf die Hand zurück Und für 3 Mana tappen wir das Und kopieren Einen Artefakt Spell Wichtig Ein Spell, der gerade gecastet wird Das ist das Interessante Wir können für 2 Mana Zum Beispiel die Bonesaw Auf die Hand nehmen Und wenn man sie castet Kann man sie kopieren Und dann nimmt man sie wieder Auf die Hand Kopiert sie neu Nimmt sie wieder auf die Hand Kopiert sie neu Bla, bla, bla Sehr, sehr cool Agent Und noch Powerstone Ah, Powerstone Meine Lieblingsgeschehen Zu Powerstones Das, äh, ja Ding Ich hab mir eine Karte Von der Liste Ich hab gesehen Ursassage Auf der Liste Ich hab ein Problem Ich hab ein dickes Problem Äh, das ist Hehehehe Ich glaub das ist Titan Ja Ein Forest Einmal in diesem Artwork Machine over Meta Gute Karte Mein Powerplant Mein Worker Mask of Jada Crafter Burnished Heart Geht besser Und was bist du denn? Woodwire Amalgam 5 Mana 5,5 Für 5 Mana Opfern Wir kreieren Ein XX Golem Wobei X die Dreimal die Stärke Dieser Kreatur Die kriegt Power Und die kriegt Eile Okay Okay Und Mouth of Runem Ein richtig cooles Teil Tappen für ein farbloses 5 Mana Tappen Opfern für Schaden Schießen Nur mit Snowmana Bezahlbar Snowmana in diesem Set Ist natürlich auch der Hammer Gibt es ja Ohne Ende Nicht So, gucken wir weiter Das kann weg Und Wow What Das sieht cool aus Das sieht wirklich cool aus Mountain Hmm Oder City Ist übrigens ein Programm Zur Tonaufnahme Dann haben wir Icoa Wildspring 2 Mana Wenn er ins Spielfeld kommt Oder das Spiel verlässt Zieh mir eine Karte Ein Toskasi Dickside Mentor 4 Mana 4,3 Einmal Bahnt Kreaturen haben Wachsamkeit Und Tappen Surveil 1 Und für 8 Mana Können wir den Exil Aus dem Friedhof Und irgendeine Anzahl An Antifakten Mit Total Mana Value Von 10 Aus dem Friedhof ins Spielfeld bringen Richtig schlecht Und Ursa Power Prodigy Gott Das Foiling Sieht strange aus Bei mir in der Kamera Okay Okay So Gucken wir weiter Bin generell mal gespannt Was wir noch so bekommen Weil Davon Hätte ich gern mal was Weil die sind wirklich gut Der Balloff ist angekommen War denn nicht mal eine Rare Da Fuck Ivory Tower Coole Karte Einmal ein Artefakt Zum Beginn des Abkipps Kriegen wir das Leben Wo wir die Anzahl Für Handkarten Anzahl Minus 4 Man kann 2 davon drin haben Auch das ist kein Foil Auch wenn das hier gerade so aussieht Was ist denn mit meiner Kamera los Das ist kein Foil Was 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 Ich meine Ich find's cool Quintinuous Spike 3 Mana Die Äquipte Kreatur hat Death Touch Wenn die Äquipte Kreatur Im Spiel erschaden So fliegt Halbier Wie die Leben Dann haben wir noch ein Simeon Simulacrum 3 Mana 2 1 Wenn ihr das Spiel bekommt Kriegen wir 2% 1 Mal noch eine Kreatur Mit Anerf Jo So viele Artefakte Von den Virtro Flames In einem Booster Hab ich nicht gedacht Dass das geht Oder dass es das gibt Aber gut Keine Karte von der Liste Schade Und schon wieder die Das ist Aschenot Bin ich mir ziemlich sicher Dass es Aschenot ist Disfigure ist wieder drin Disfigure ist eine ganz Ganz coole Coole Karte Dann haben wir Einwinding Clock Eine gute Karte Für Commander Artefakte Artefakte werden enthabt Titanias Command Ich dachte gerade Wir hätten die Titania Das wäre natürlich cool So als Fuse Das wäre cool gewesen Titanias Command 6 Mana Wir bestimmen 2 Wir exilen den Friedhof Unseres Spielers Unsere Wahl Und wir kriegen ein Leben Für jede Karte Die wir exilt haben Wir kriegen 2 2 Bären Wir können unser Deck Nach 2 Ländern durchsuchen Und sie getappt Das Spiel bringen Oder alle Kreaturen Kriegen 2 plus 1 2 1 Alles gut Disfigure in voll Und Magic Arena Werbung So Nummer 6 Gehen wir jetzt Auf die Nummer 7 Da ist eine Eine Karte Von der Liste drin Oder Oh ich hab schon gesehen Das ist eine Flipkarte Oh mein Gott Wie traurig Wie traurig Den Dragon Der ist auch Richtig stark Uh Das Ding ist jetzt Wiederum voll Das sieht man auch Tatsächlich Richtig schön Richtig schön Oh mein Gott Oh Oh Wir haben einen Transformer In einem Ding gezogen Der ist nicht voll Auch wenn das schon Wieder so aussieht Irgendwas stimmt In meiner Kamera nicht Bin mir aber grad nicht sicher Was Auf jeden Fall Der ist nicht voll 5 Mana 3 3 Blaster Combat DJ What that meets the eye Also wir können den entweder Als Blaster spielen Da hat er Modular 3 X Mana tappen Wir legen X-Bus-1-Marken Auf den Artefakt Also von dem Kriegt Eile Und wenn er keine Marken drauf hat Konvertieren wir den Und Ich hab's gesehen Scheiß auf den Oh mein Gott Geile Karte Ich liebe sie 2 Mana Wir opfernden Kreaturen Spielern Und so war mit Karten In Höhe der Stärke Der Kreaturen Richtig gute Karte Newtros Funry Das ist die Buy a Box Promo Die jetzt auch wieder Im Set drin ist Was ich ein bisschen Schade finde Und Demolition Field 2 Mana tappen Zerstören wir Eine Non-Basic Und der Gegner Und wir dürfen Das Erdecknamen Standard natürlich suchen Und das getappte Spiel bringen In voll Das ist Ich weiß gar nicht mehr Wie das andere heißt Wenn ihr das wisst Könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben Das ist praktisch dasselbe Wie irgend so ein Field Ich weiß aber nicht Wie das andere Field heißt Schreibt mir das bitte In die Kommentare Hier haben wir eine Karte von Der Liste Oh mein Gott Bedlam Sogar Ist das eine Rare Das ist eine Rare 4 Mana Creatures Cannot Block Geil Ich liebe es Dann haben wir schon wieder So eine Art Mystic Forge Forest Dick Site Ursa Komm schon Noch irgendwas cooles Ornithop Das ist eine coole Karte 0-2 fliegen für 0 Mana Aber ich will was krasses Friend Spider ist nicht so krass Dramana 2-4 Reach Wenn das Spielfeld kommt Kriegen du und der Gegner einen Power Stone Und für 7 Mana Können wir die obersten 4 Karten Und das Deck angucken Können alle Faktor Auf die Hand nehmen Und das Deck legen Und Ja dann haben wir noch Eine Ding in Foil Also wenn du Wenn du Toskasi Dickside Mentor spielen wolltest Hier hast du es Ja Das war das Bundle Krasses Bundle Ich find's cool Also da sind ein paar Richtig coole bei Alter auf dem Moment Ja Hammer Nochmal ein zweiter Von den Von den Robots Auch wenn die nicht so viel wert sind Weil die auch nicht so stark sind Die Tannis Command Gerade für Commander Sehr sehr cool Commander sind immer cool Anbeiniglock Also generell Das war schon ein ganz ganz cooles 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 Bundle Vielen vielen Dank Dass ich das aufmachen durfte Für dich Du kriegst das zugeschickt Und Für alle anderen Da unten Könnt ihr das Video bewerten Wenn es euch gefallen hat Könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen Wenn es euch nicht gefallen hat Könnt ihr auch einen Daumen nach unten da lassen Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt Bitte abonniert mich Das hilft mir zu sehen Wie viel Reichweite ich wirklich habe Ich hab irgendwie so 40 bis 50% Die mich nicht abonniert haben Was Ich Bisschen strange finde Weil es kostet nichts Und es Ich mach mich traurig Aber Ja Lassen wir das Ich hoffe ihr habt Spaß Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Hablexit Ciao ciao Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann